Die LuxaMit GmbH wünscht allen Kunden und die, die es sicherlich bald noch werden, ein ganz hervorragendes, gesundes und erfolgreiches 2023. In dem Zusammenhang möchten wir uns auch für alle unsere Abonnenten des Podcasts, allen unseren Abonnenten auf den sozialen Medien wie Instagram und Facebook bedanken für die Treue, für die tollen Kommentare und für das Feedback. Wir freuen uns auf 2023 mit vielen tollen neuen Sachen und wünschen Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute. Ihre LuxaMit GmbH.